Temperaturfühler finden wir überall, ob in der heimischen Espressomaschine oder in der industriellen Kunststofftechnik. Aber um zu verstehen, wie die Dinger funktionieren, schauen wir uns jetzt mal im Detail die wichtigsten elektronischen Temperaturfühler an. Das sind im Wesentlichen Thermoelemente, Widerstandsthermometer und Thermistoren. Thermoelemente werden hauptsächlich für höhere Temperaturen von mehr als 300 Grad Celsius eingesetzt. Sie funktionieren nach dem Prinzip der vergleichenden Messung. Sie haben eine Messstelle und eine Vergleichsstelle und geben eine Thermospannung aus, die ein Maß ist für die Temperaturdifferenz zwischen Messstelle und Vergleichsstelle. Zweite wichtige Gattung, die Platinwiderstandsthermometer. Sie basieren auf einem Platinmesswiderstand, der seinen elektrischen Widerstandswert über einen weiten Bereich linear mit der Temperatur ändert. Mit steigender Temperatur steigt auch der Widerstand. Die dritte Gattung sind Thermistoren. Das sind Halbleiterwiderstände, die ebenfalls den elektrischen Widerstandswert mit der Temperatur verändern. PTC steht für positiver Temperaturkoeffizient. Hier steigt der Widerstand mit der Temperatur an. Das sind die sogenannten Kaltleiter. NTC-Sensoren arbeiten genau umgekehrt, denn NTC steht für negativer Temperaturkoeffizient. Der Widerstand des Messelementes sinkt mit steigender Temperatur. Das sind die sogenannten Heißleiter. Im Unterschied zu Platinmesswiderständen ist bei Thermistoren die Temperaturabhängigkeit des Messwiderstandes nur in einem sehr eingeschränkten Bereich quasi linear. Kurz zusammengefasst, Thermoelemente machen eine vergleichende Messung und liefern als Ausgangssignal eine geringfügige Thermospannung. PET- und Thermistor-Messelemente liefern über die Messung eines Spannungsabfalls am Messwiderstand einen Widerstandswert, der wiederum zur Bestimmung der Temperatur herangezogen wird. Details zur Funktionsweise der einzelnen Sensoren findet ihr in meinen separaten Videos. Schaut einfach mal rein. Hat dir der Beitrag gefallen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Und wenn du Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare.